reise um die erde in achtzig tagen der führer ließ um den weg abzukürzen die im bau begriffene linie der eisenbahn rechts denn dieselbe konnte durch launenhafte windungen des windiergebirges gehemmt nicht den kürzesten weg laufen welchen phileas fogg einzuschlagen genötigt war der parse welcher wege und stege des landes genau kannte behauptete man könne quer durch den wald etwa zwanzig meilen zustrecken und man verließ sich auf ihn phileas fogg und sir francis cromarty welche bis an den hals in ihren körben starken wurden durch den scharfen trab des elefanten den sein mahut antrieb arg geschüttelt aber sie ertrugen ihre schlimme lage mit echt englischem phlegma sprachen dabei übrigens wenig und sahen einander kaum paspartout der auf dem rücken des tieres den stößen und gegenstößen direkt ausgesetzt war nahm sich wie sein herr ihm anempfohlen hatte wohl in acht daß ihm nicht die zunge zwischen die zähne kam denn er hätte sie sonst entzwei gebissen der brave junge welcher bald auf den hals des elefanten geschleudert bald wieder zum kreuz zurückgeworfen wurde machte sprünge wie ein clown auf dem sprungbrett aber er scherzte und lachte bei allen seinen karpfen sprüngen und holte von zeit zu zeit ein stück zucker aus seinem sacke welches der gescheite kiuni mit der spitze seines rüssels fasste ohne einen augenblick seinen regelmäßigen trab zu unterbrechen nachdem sie zwei stunden geritten waren hielt der führer an und machte eine stunde rast das tier verschlang gezweig und gebüsche und stillte seinen durst aus einer nahen lache sir francis cromarty war ganz zufrieden mit diesem halt denn er fühlte sich wie gerädert herr fogg schien ebenso wohl aufgelegt als wäre er aus dem bette aufgestanden der ist ja von eisen sagte der brigadegeneral indem er ihn mit verwunderung betrachtete ausgeschmiedet dem eisen versetzte passepartout der eilig ein frühstück zu bereiten beflissen war um die mittagsstunde gab der führer das zeichen zum aufbruch das land zeigte bald ein sehr wildes aussehen auf die hohe waldung folgten niedere schläge tamarinden und zwergpalmen nachher ausgedehnte dürre ebenen die mit magerem gestreuch und großen sienitblöcken bedeckt waren dieser ganze teil des obern bundekand wohin reisende selten kamen ist von einer fanatischen in den fürchterlichsten übungen der hindu religion verhärteten bevölkerung bewohnt die herrschaft der engländer hat auf einem dem einfluss der rajas unterliegenden gebiete noch nicht regelmäßig festen bestand gewinnen können da es schwer gehalten haben würde in ihren unzugänglichen schlupfwinkeln des windier gebirges ihnen beizukommen manchmal gewahrte man scharen wilder indier welche zornige gebärden machten als sie das rasche tier vorübertraben sahen übrigens wich ihnen der parse möglichst aus weil er sie für leute hielt mit denen man nicht gerne zu tun hat man sah diesen tag über wenig tiere kaum einige affen welche mit allerlei grimassen die dem passepartout viel spaß machten das weite suchten diesen burschen plagte unter vielen anderen auch der gedanke was denn wohl herr fogg nach seiner ankunft zu allahabad mit dem elefanten machen würde unmöglich würde er ihn mitnehmen durch den transportpreis würde das ohnehin schon über die maßen teure tier zum ruin führen würde man ihn verkaufen oder in freiheit setzen das schätzbare tier verdiente wohl eine solche rücksicht sollte es herrn fogg einfallen ihm passepartout ein geschenk mit demselben zu machen so würde ihn dies nur in große verlegenheit setzen solche gedanken ließen ihm keine ruhe um acht uhr abends war man über die hauptkette der vendia hinaus und die reisenden machten am fuße des nord abhanges in einem verfallenen hause halt man hatte an diesem tage ungefähr 25 meilen zurückgelegt und ebenso viel waren noch bis zur station allahabad zu machen die nacht war kalt der parse zündete in dem hause aus dürrem gezweig ein feuer an das recht behaglich wärmte für das abendessen hatte man sich zu kolbi vorgesehen und die reisenden sprachen zu wie abgemattete zerschlagene leute die mit abgebrochenen sätzen angefangene unterhaltung ging bald in lautes schnarchen über der führer wachte neben kiuni der an einen dicken baumstamm gelehnt stehend einschlief kein unfall störte diese nacht die stille wurde mitunter durch gebrüll von löwen tigern und pantern dazwischen von hellem hohen gelächter der affen unterbrochen aber das reisende gewillt ließ es beim schreien bewenden und verschonte die gäste des hauses mit feindseligkeiten sir francis cromarty als ein wackerer von strapazen ermüdeter krieger schlief schwer wie ein sack passepartout träumte in unruhigem schlaf von den bestandenen purzelsprüngen herr fogg dagegen lag in tiefster ruhe als befinde er sich in seinem stillen hause der savel row um sechs uhr früh machte man sich wieder auf den weg der führer hoffte noch an demselben abend zu allahabad anzukommen so daß herr fogg nur einen teil der seit anfang der reise gesparten 48 stunden eingebüßt haben würde es ging den letzten abhang der vindia hinab und kiuni war wieder in seinem raschen trabe gegen mittag bog der führer um den flecken kalenger herum am khani einem der nebenzuflüsse des ganges denn er wich stets den bewohnten orten aus weil er sich in den menschenleeren ebenen welche die ersten niederungen des großen flußbeckens bildeten sicherer wußte die station allahabad befand sich nur noch zwölf meilen nordöstlich man machte unter einem wäldchen von pisang halt deren früchte so gesund wie brot so saftig wie creme sehr köstlich waren um zwei uhr drang der führer in das dickicht eines waldes unter welchem wir einige meilen weit hindurch mussten denn er wählte gerne für die reisenden ein solches obdach jedenfalls war ihm bis jetzt noch nichts widriges begegnet und die reise schien ohne unfall vollendet zu werden als der elefant mit einigen zeichen von unruhe plötzlich stehen blieb es war eben vier uhr was gibts fragte sir francis cromarty indem er den kopf aus seinem korbe herausstreckte ich weiß nicht herr offizier erwiderte der parse und lauschte einem wirren gemurmel welches man durch das dichte gezweig hindurch vernahm nach einigen augenblicken war das getöse schon besser zu unterscheiden man konnte meinen es sei ein noch weit entferntes concert von menschenstimmen und kupfernen instrumenten passepartout war ganz auge ganz ohr herr fogg wartete in geduld ohne ein wort zu sprechen der parse sprang auf den boden band den elefanten an einen baum und drang mehr ins dickicht des gehölzes nach einigen minuten kam er zurück und sprach eine brahmanenprozession welche dieses weges zieht womöglich wollen wir vermeiden dass man uns bemerke der führer band den elefanten los führte ihn in ein dichtes gebüsch und empfahl den reisenden nicht abzusteigen er selbst hielt sich bereit rasch aufzusitzen wenn es notwendig werden sollte zu entfliehen doch dachte er der schwarm der gläubigen werde ohne ihn zu bemerken vorüberziehen denn das dichte laubwerk verhüllte ihn ganz das widrige getön von stimmen und instrumenten kam näher eintönige gesänge vermischt mit trommelschlag und zimbelklang bald zeigte sich die spitze der prozession unter den bäumen fünfzig schritte von der stelle woher fogg mit seinen gefährten sich befand sie konnten leicht durch das gezweig hindurch das merkwürdige personal dieser religiösen zeremonie unterscheiden in vorderster reihe schritten priester mit spitzen mützen und langen verbrämten gewändern sie waren von einer truppe männer frauen und kinder umgeben die eine art leichenpsalmen anstimmten unterbrochen von tamtamschlägen und zimbelklängen hinter ihnen auf einem wagen mit breiten rädern deren speichen und felgen ein schlangengewinde darstellten sah man eine hässliche statue die von zwei paar mit reichen schabracken gezierten bisons gefahren wurde dieses standbild hatte vier arme dunkelrot gefärbten körper große augen zerzauste haare heraushängende zunge und mit betel und henne gefärbte lippen ein halsband von toten köpfen und ein gürtel von abgehauenen händen war sein schmuck es stand auf einem niedergeworfenen riesen ohne kopf sir francis chromarty erkannte diese statue die göttin kali sagte er halblaut die göttin der liebe und des todes des todes das gebe ich zu aber der liebe niemals sagte passepartout das essliche weibsbild der parse bedeutete sie sich stillzuhalten um die statue herumwimmelte zappelte in verzuckungen ein trupp alter fakirs streifig mit ockerfarbenen bändern mit kreuzförmigen einschnitten bedeckt aus welchen blut träufelte stupide besessene die bei den großen zeremonien der hindu sich sogar unter die räder des wagens von juggernaut werfen hinter ihnen sah man einige brahmanen in vollem schmuck ihrer reichen orientalischen prachtkleidung eine frau schleppen die sich kaum aufrecht zu halten vermochte es war eine junge frau weiß wie eine europäerin kopf hals schultern ohren arme hände zehen waren mit geschmeide übermäßig behängt mit hals und armbändern ohr und fingeringen eine golddurchwirkte mit leichtem muslin umhüllte tunika zeigte die formen ihrer taille hinter dieser jungen frau in grellem kontrast trugen leibgarden mit entblößten säbeln und damaskierten pistolen am gürtel auf einem palanquin einen leichnam es war der körper eines greises in reichem rajahgewande wie bei lebzeiten mit perlengesticktem turban in gold und seidegewirktem kleide einem gürtel von kaschmir mit diamantenschmuck und dem prachtvollen wappen eines indischen fürsten den zug schloss eine musikbande und ein trupp fanatiker die mit betäubendem geschrei mitunter den lärm der instrumente überboten sir francis cromarty sah diesem aufzug mit besonders trauriger miene zu und sprach zu dem führer ein sati der parse bejahte mit einem zeichen und hielt einen finger auf seine lippen die lange prozession zog sich langsam unter die bäume und bald verschwanden ihre hintersten reihen im waldesgrunde nach und nach wurden die gesänge nicht mehr vernehmlich man hörte nur noch das laute aufschreien aus der ferne und endlich folgte tiefe stille auf den lärm phileas fogg hatte das wort welches sir francis cromarty gesprochen vernommen und fragte sobald die prozession vorüber war was ist ein sati ein sati herr fogg erwiderte der brigadegeneral ist ein menschenopfer aber ein freiwilliges diese frau welche sie soeben gesehen haben wird morgen in aller frühe verbrannt werden ei die lumpenkerle rief passepartout der seine entrüstung zu äußern sich nicht enthalten konnte und dieser leichnam fragte herr fogg eines fürsten der ihr gemahl war erwiderte der führer ein unabhängiger rajah des bundelkant wie fuhr phileas fogg fort ohne daß seine stimme die geringste gemütsbewegung verriet diese barbarischen gebräuche existieren noch in indien und die engländer haben sie noch nicht abschaffen können im größten teile indiens erwiderte sir francis cromarty werden diese opfer nicht mehr vollzogen aber wir haben auf diese wilden gegenden und besonders das gebiet des bundelkant keinen einfluß der ganze nördliche abhang der vendia ist der schauplatz unaufhörlichen mordens und plünderns die arme brummte passepartout le bendige verbrannt ja fuhr der brigadegeneral fort verbrannt und würde sie's nicht sie können nicht glauben in welch jämmerliche lage sie sich dann von ihren nächsten verwandten versetzt sähe man würde ihr die haare abscheren ihr kaum eine handvoll reis zur nahrung reichen sie von sich stoßen sie würde wie eine unreine person angesehen und in irgendeinem winkel wie ein räudiger hund hin sterben daher treibt diese aussicht auf so ein erschreckliches dasein diese unglücklichen personen oft weit mehr zur opferung als liebe oder religiöser fanatismus manchmal jedoch ist das opfer ein wirklich freiwilliges und es ist ein energisches dazwischentreten von seiten der regierung nötig um es zu hindern so sah ich vor einigen jahren als ich zu bombay wohnte eine junge witwe die sich vom gouverneur die erlaubnis aus bat sich mit dem leichnam ihres mannes zu verbrennen sie können sich denken daß der gouverneur es abschlug da zog die witwe aus der stadt weg und flüchtete zu einem unabhängigen rajah wo sie ihre opferung vollzog während der erzählung des brigadegenerales schüttelte der führer den kopf und als derselbe ausgeredet hatte sprach er das opfer welches morgen bei tagesanbruch statt haben soll ist kein freiwilliges woher wissen sie das es ist eine geschichte die im bundel kant allgemein bekannt ist erwiderte der führer die unglückliche schien aber doch gar keinen widerstand zu leisten bemerkte sir francis cromarty das kommt daher weil man sie mit hanfrauch und opium berauscht hat aber wo führt man sie hin in die pagode zu pilagi zwei meilen von hier dort wird sie die nacht zubringen bis zur zeit der opferung und dieses opfer wird statt haben morgen bei tagesanbruch nach dieser antwort führte er den elefanten aus dem dickicht und schwang sich auf seinen hals aber im moment als er im begriff war ihn durch ein eigentümliches pfeifen anzutreiben hielt herr fogg ihn ab und sprach zu sir francis cromarty ob wir diese frau retten könnten diese frau retten herr fogg rief der brigadegeneral ich habe noch zwölf stunden voraus ich kann sie dem widmen nun sie sind ja ein mann von gemüt sagte sir francis cromarty bisweilen erwiderte einfach phileas fogg wenn ich zeit dazu habe ende von kapitel zwölf kapitel 13 von reise um die erde in 80 tagen von jules verne diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von eva k dreizehntes kapitel ein abermaliger beweis dass das glück dem kühnen holt ist das vorhaben war kühn voll schwierigkeiten vielleicht unausführbar herr fogg setzte sein leben in gefahr oder doch seine freiheit und damit den erfolg seiner unternehmung aber er besann sich keinen augenblick übrigens fand er in sir francis cromarty einen entschlossenen gehilfen passepartout war gerne zur verfügung die idee seines herrn begeisterte ihn er empfand dass unter dieser hülle von eis ein herz schlug eine seele lebte nun fühlte er sich gedrungen phileas fogg zu lieben wie würde nun aber der führer sich dabei verhalten sollte er wohl zu den hindu halten in ermangelung seiner mitwirkung musste man wenigstens seiner neutralität sicher sein francis cromarty legte ihm offen die frage vor herr offizier erwiderte der führer ich bin parse und diese frau ist parsin ich stehe zu diensten wohl wackerer mann erwiderte herr fogg jedoch merken sie wohl fuhr der parse fort wir setzen nicht allein unser leben ein sondern haben auch wenn wir gefangen werden eine schauderhafte hinrichtung zu gewärtigen also sehen sie wohl zu das ist schon geschehen erwiderte herr fogg ich denke wir müssen zum handeln die nacht abwarten das ist auch meine meinung versetzte der führer der wackere hindu erzählte darauf einiges nähere über das opfer es war eine indierin von ausgezeichneter schönheit parsischer abstammung die tochter reicher kaufleute zu bombay sie hatte in dieser stadt eine ganz englische erziehung erhalten und ihrem benehmen ihrer bildung nach hätte man sie für eine europäerin angesehen sie hieß auda als weise wurde sie wieder willen mit diesem alten rajah des bundel kant verheiratet und nach drei monaten schon ward sie witwe da sie wußte welches los ihr bevorstand suchte sie zu entrinnen wurde sogleich wieder aufgegriffen und die verwandten des rajah in deren interesse ihr tod lag bestimmten sie zu dieser todesart und sie schien derselben nicht mehr entgehen zu können diese erzählung konnte herrn fogg und seine gefährten nur in ihrem edlen entschluss bestärken man beschloss der führer solle den elefanten nach der pagode pilagi leiten und dieser so nahe wie möglich bringen eine halbe stunde nachher machte man unter einem buschwerk 500 schritte von der pagode halt diese konnte man zwar nicht sehen aber das geheul der fanatiker ließ sich deutlich vernehmen nun beriet man über die mittel um zu dem opfer zu gelangen dem führer war die pagode zu pilagi bekannt worin wie er behauptete die junge frau gefangen war sollte es möglich sein während die ganze schar im schlafe der trunkenheit versunken lag durch eine der türen hinein zu gelangen oder musste man ein loch in die mauer brechen darüber konnte man doch erst zur zeit der ausführung und an ort und stelle urteilen aber unzweifelhaft war dass die entwendung während dieser nacht vorgenommen werden musste und nicht wenn bei tagesanbruch das opfer zum tode geführt wurde dann wäre es keiner menschlichen macht mehr möglich sie zu retten herr fogg wartete mit seinen genossen die nacht ab sobald es dunkel ward gegen sechs uhr abends entschlossen sie sich eine rekognosierung um die pagode herum anzustellen das letzte geschrei der fakirs verstummte damals nach ihrer gewohnheit mussten diese indier in tiefer berauschung mit hang flüssigem opium mit einem hanfaufguss gemischt liegen und es würde vielleicht möglich sein sich zwischen ihnen durch bis zum tempel zu schleichen geräuschlos drangen die kühnen leute durch den wald nachdem sie zehn minuten unter dem gezweig gekrochen langten sie am ufer eines flüsschens an und gewahrten da beim scheine von fackeln einen haufen aufgeschichteten holzes es war der aus kostbaren sandelholz errichtete scheiterhaufen der bereits mit parfümiertem öl getränkt war oben darauf lag der einbalsamierte leichnam des rajah welcher zugleich mit seiner witwe verbrannt werden sollte hundert schritte von diesem scheiterhaufen stand die pagode deren minarets über die gipfel der bäume ragten kommen sie sagte der führer leise und mit verdoppelter vorsicht schlich er seinen gefährten voran stille durch das hohe gras nur das säuseln des windes unterbrach noch die stille nicht lange so hielt der führer am rande einer lichtung die von einigen fackeln erleuchtet war haufenweise lagen da wie auf einer wahlstadt die schläfer in tiefem rausch männer weiber kinder alle durcheinander einiges röcheln vernahm man hier und da im hintergrunde zwischen dem gebüsche erhob sich undeutlich der tempel von pelaji aber zu großer enttäuschung des führers waren die garden der rajahs im scheine russiger fackeln wachsam an den eingängen und wandelten mit gezogenem säbel auf und ab es ließ sich voraussetzen dass die priester innen ebenso wachsam waren der parse wagte nicht weiter vorzugehen da er die unmöglichkeit sah gewaltsam in den tempel zu gelangen führte er seine gefährten rückwärts phileas fogg und sir francis cromarty begriffen wie er dass man von dieser seite her nichts wagen konnte sie standen stille und sprachen leise miteinander warten wir sagte der brigade general es ist erst acht uhr und es ist möglich dass auch diese wächter in schlaf verfallen das ist wohl möglich erwiderte der parse phileas fogg und seine gefährten lagerten sich daher am fuß eines baumes und warteten wie wurde ihnen die zeit lang von zeit zu zeit entfernte sich der führer um den rand des gehölzes zu beobachten die leibwächter des rajah wachten unablässig bei fackelschein und ein dämmerndes licht drang durch die fenster der pagode so wartete man bis mitternacht aber die lage änderte sich nicht die bewachung außen blieb unverändert offenbar konnte man nicht darauf rechnen dass die wächter in schlaf versanken vermutlich hatte man ihnen die berauschung mit hang unmöglich gemacht man musste also anders verfahren und durch eine in die mauer der pagode gebrochene öffnung einzudringen versuchen dann blieb noch die frage ob die priester bei ihrem opfer ebenso sorgsam wachten wie die soldaten am eingang des tempels nach einer letzten beredung machte sich der führer auf den weg gefolgt von herrn fogg sir francis und passepartout sie machten einen ziemlichen umweg um der pagode von hinten beizukommen etwa um halb eins kamen sie ohne jemand zu begegnen am fuß der mauer an auf dieser seite waren keine wachen aufgestellt aber es waren da auch weder tür noch fenster es war dunkle nacht der mond damals im letzten viertel stieg eben von dichtem gewölk umgeben am horizont auf die hohen bäume vermehrten noch die dunkelheit aber dass man sich am fuße der mauer befand reichte nicht hin man musste auch eine öffnung hineinbrechen dafür waren phileas fogg und seine genossen mit gar keinem werkzeuge versehen als ihren taschenmessern zum glück waren die mauern des tempels nur aus ziegelstein in verbindung mit holz gebaut so dass es nicht schwer war ein loch einzubohren war einmal ein ziegelstein herausgenommen so ging's mit den anderen noch leichter man machte sich so still wie möglich ans werk auf der einen seite der parse auf der anderen passepartout entkitteten die ziegelsteine dergestalt daß sie ein zwei fuß breites loch bekamen die arbeit schritt vor als ein geschrei im innern des tempels sich vernehmen ließ das von außen sogleich erwidert wurde die beiden arbeiter hielten inne hatte man sie entdeckt machte man lärm die gewöhnlichste klugheit riet sich zu entfernen und sie tatens mit phileas fogg und sir francis cromarty sie duckten sich abermals unters gehölz in erwartung daß der lärm sich wieder legen würde um dann von neuem ans werk zu gehen aber zu allem unglück wurden an jener stelle der pagode wachen aufgestellt die jede annäherung unmöglich machten unbeschreiblich war die verlegenheit der vier männer als sie sich bei ihrem werk gehemmt sahen wie konnten sie das opfer retten da sie nicht zu ihm gelangen konnten sir francis cromarty benagte sich die finger passepartout war außer sich und der führer konnte ihn kaum beschwichtigen phlegmatisch wartete herr fogg ab ohne seine gefühle kund zu geben es bleibt uns nichts als abzuziehen fragte leise der brigade general warten sie sagte fogg ich brauche erst morgen vor zwölf uhr in ala habat zu sein aber worauf hoffen sie erwiderte sir francis cromarty in einigen stunden wird's tag sein und die günstige gelegenheit kann sich noch im letzten augen blicke ergeben der brigade general hätte gewünscht in phileas foggs augen lesen zu können worauf rechnete der kaltblütige engländer wollte er im moment des todes sich auf die junge frau losstürzen und sie ihren henkern offen entreißen das wäre wahnsinn gewesen und war wohl anzunehmen dass dieser mann zu solchem wahnsinn gediehen sei dennoch willigte sir francis cromarty ein bis zur entwicklung dieser schrecklichen szene zu warten doch ließ der führer seine gefährden nicht an dem orte wohin sie sich geflüchtet hatten und führte sie an die vordere seite der lichtung hier konnten sie von einem gebüsche verdeckt die eingeschlafenen gruppen beobachten inzwischen trug sich passepartout der hoch auf den zweigen eines baumes saß mit einem gedanken der erst wie ein blitz seinen geist durchzuckte und endlich in seinem kopfe sich festsetzte anfangs hatte er zu sich gesagt wie toll und jetzt sagte er wiederholt warum nicht allem anschein nach ein möglicher weg vielleicht der einzige bei so viel dummem volke jedenfalls gab passepartout damals seinen gedanken keine andere form aber er glitt flink wie eine schlange unverweilt auf die unteren zweige des baumes deren enden sich bis zum boden hinabbogen die stunden verflossen und bald verkündigte dämmerungsschein den anbruch des tages doch war's noch völlig finster dies war der bestimmte zeitpunkt gleich einer auferstehung erhoben sich die massen aus dem schlafe die gruppen belebten sich tamtamschläge lautes geschrei und gesang ertönten es war die todesstunde der unglücklichen gekommen in der tat die pforten der pagode öffneten sich und es strahlte ein helleres licht aus dem innern heraus herr fogg und sir francis cromarty konnten in heller beleuchtung wahrnehmen wie zwei priester das opfer heraus schleppten es kam ihnen sogar vor als bemühe sich die unglückliche im äußersten drange der selbsterhaltung die betäubung abschüttelnd ihren henkern zu entrinnen sir francis cromarty dem das herz zerspringen wollte fasste mit krampfhafter bewegung phileas foggs hand und fühlte dass diese hand ein messer gezückt hielt in dem augenblicke setzte sich die masse in bewegung die junge frau war in die durch handfrauch erzeugte erstarrung zurückgesunken sie schritt mitten durch die fakirs welche sie mit frommem geschrei umgaben phileas fogg und seine genossen schlossen sich im gedränge den hintersten reihen der massen an nach zwei minuten gelangten sie an den rand des baches und hielten keine fünfzig schritte von dem scheiterhaufen an worauf der leichnam des rajah lag im halbdunkel sahen sie das opfer regungslos neben der leiche ihres gemahls liegen darauf wurde mit einer fackel das ölgetränkte holz angezündet das sogleich in heller flamme loderte in dem moment wollte phileas fogg von edelmütigem wahnsinn getrieben auf den scheiterhaufen zustürzen doch francis cromarty und der führer hielten ihn zurück phileas fogg stieß sie von sich da änderte sich plötzlich die szene ein schrei des entsetzens ward vernommen und die gesammelte menge warf sich in bestürzung zu boden der alte rajah war also nicht tot man sah ihn plötzlich wie ein gespenst sich aufrichten und die junge frau in den armen vom scheiterhaufen herab einer geistererscheinung vergleichbar mitten durch die dampfwolken schreiten die fakirs die leibwächter die priester hatten sich von plötzlichem schrecken befallen zu boden geworfen wagten nicht ihr angesicht aufzurichten um ein solches wunder zu schauen leblos lag das opfer in den kräftigen armen die es trugen herr fogg und sir francis cromarty waren stehen geblieben der parser hatte den kopf gesenkt und passepartout war ohne zweifel nicht minder erstaunt der wieder auferstandene kam so in die nähe der stelle woher fogg und sir francis cromarty sich befanden und hier sprach er mit leiser stimme nun eilen wir wohl passepartout selbst wars der mitten durch den dichten qualm zum scheiterhaufen gedrungen war passepartout hatte unterm schutz des noch herrschenden dunkels die junge frau vom tode errettet passepartout der seine rolle mit dem glücke des kühnen spielte schritt mitten durch die vom schrecken gelähmte menge in einem augenblicke waren sie alle vier im gehölz verschwunden und der elefant trabte mit ihnen rasch von dannen aber geschrei und geheul und selbst eine kugel die durch phileas foggs hut drang gaben zu erkennen dass man den listigen streich entdeckt hatte wirklich als der scheiterhaufen in hellen flammen stand sah man darin den leichnam des alten rajah die priester erholten sich von ihrem schrecken und merkten nun daß eine entwendung stattgefunden hatte sie stürzten hals über kopf in den wald gefolgt von den leibwächtern dieselben schossen ihre gewehre ab aber die räuber waren bereits auf rascher flucht und befanden sich bald weit voraus daß weder kugeln noch pfeile sie erreichen konnten kapitel 14 von reise um die erde in achtzig tagen von jules verne diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von eva k vierzehntes kapitel phileas fogg fährt das wundervolle gangestal hinab ohne daß er sich kümmert es zu sehen der kühne raub war gelungen nach einer stunde noch lachte passepartout über den glücklichen erfolg sir francis cromarty drückte dem unerschrockenen burschen die hand und sein herr sprach zu ihm brav was in dem munde dieses gentleman einen hohen grad von befriedigung bedeutete passepartout erwiderte darauf nur die ganze ehre dabei gehöre seinem herrn er habe dabei nur eine drollige idee gehabt und er lache noch bei dem gedanken dass er passepartout vormals gymnast und ex sergeant der pompier einige augenblicke der witwa einer reizenden frau ein alter einbalsamierter rajah gewesen sei die junge indierin war bei dem vorfall ohne bewusstsein in reisedecken eingewickelt lag sie auf einem der tragkörbe inzwischen lief der elefant von dem parsen mit größter sicherheit geleitet rasch durch den noch dunklen wald eine stunde nachdem er die pagode von pilaji verlassen hatte rannte er über eine ungeheure ebene um sieben uhr machte man halt die junge frau lag fortwährend in vollständiger erschöpfung der führer flößte ihr einige schluck wasser mit brandwein ein aber der betäubende einfluß der sie überwältigte sollte noch einige zeit dauern sir francis cromarty dem die durch einhauchen von hanfdünsten hervorgebrachte berauschung in ihren folgen bekannt war zeigte ihretalben keine unruhe aber flößte auch die wiederherstellung der jungen indierin dem brigadegeneral keine besorgnis ein so war er doch in betreff ihrer zukunft nicht ebenso beruhigt er sagte zu phileas fogg unumwunden dass mrs aouda wenn sie in indien bliebe unvermeidlich ihren hänkern wieder in die hände fallen werde diese besessenen welche auf der ganzen halbinsel verbreitet seien würden trotz der englischen polizei ihr opfer sicherlich wieder in ihre hände zu bringen wissen sei es zu madras bombay oder kalkutta und sir francis cromarty führte eine tatsache gleicher art die kürzlich vorgekommen zum belege seiner behauptung an seiner ansicht nach könne die junge frau nur dann wirklich sicher sein wenn sie indien ganz verlasse phileas fogg sagte er wolle sich dies merken und vorsorge treffen gegen zehn uhr meldete der führer die station ala habat wo die unterbrochene eisenbahn wieder anfing von hier aus gelangte man in weniger als einem tag und einer nacht nach kalkutta phileas fogg musste also noch zeitig für das paketboot ankommen welches nur am folgenden tage den 25 oktober um 12 uhr nach hongkong abfuhr die junge frau wurde in einem zimmer des bahnhofs niedergelegt passepartout erhielt auftrag einige toilettengegenstände kleid shawl pelzwerk etc was er vorrätig fände für sie zu kaufen und bekam dafür unbegrenzten kredit derselbe ging augenblicklich aus und eilte durch die straßen der stadt ala habat das heißt die stadt gottes ist eine der am meisten verehrten orte indiens weil sie am zusammenfluss der beiden heiligen flüsse des ganges und des jumna liegt zu deren wassermann aus der ganzen halbinsel her wallfahrt es ist übrigens bekannt dass den legenden des ramayana zufolge der ganges aus dem himmel entspringt woher er durch brahmas gnade auf die erde herabsteigt passepartout besah sich während er die einkäufe besorgte die stadt welche vormals durch ein prachtvolles vor geschützt war das nun staatsgefängnis geworden ist in der ehemals gewerbereichen handelsstadt gibt's keinen handel und kein gewerbe mehr passepartout suchte vergebens eine modewarenhandlung und fand die notwendigen gegenstände nur bei einem trödler einem alten juden mit dem schwer zu handeln war so musste er denn für ein kleid von schottischem stoff einen weiten mantel und einen prächtigen otterpelz seine fünfundsiebzig pfund zahlen er zahlte sie gerne und kehrte triumphieren zum bahnhofe zurück mrs aouda kam allmählich wieder zu sich nach und nach schwand die von den priestern zu pelaji über sie verhängte nacht und ihre schönen augen gewannen wieder all ihre indische sanftmut die witwe des rajah von bundelkant war eine reizende frau im vollen europäischen sinne des wortes sie sprach mit großer reinheit englisch und es war keine übertreibung was der führer versichert hatte dass nämlich die junge parsin durch die erziehung umgewandelt worden sei indessen war der zug im begriff abzufahren und herr fogg bezahlte dem harrenden parsen seinen lohn und keinen pfennig weiter darüber stutzte passepartout ein wenig denn er wußte was sein herr der hingebung des führers verdankte wirklich hatte der parsia zu pelaji sein leben freiwillig aufs spiel gesetzt und wenn die hinduen noch später seiner habhaft wurden würde er schwerlich ihrer rache entgehen nun handelt es sich noch um kiyuni was war mit einem so teuren tiere anzufangen aber phileas fogg hatte schon seinen entschluss gefasst parse sprach er zu dem führer du bist mir zu diensten und ergeben gewesen deine dienstleistung habe ich bezahlt nicht aber deine hingebung willst du den elefanten so soll er dir gehören wie glänzten des führers augen euer gnaden schenken mir ein vermögen rief er aus nimm's nur wackerer führer versetzte herr fogg und ich bleibe doch noch dein schuldner das lass ich mir gefallen rief passepartout nimm nur mein freund kiyuni ist ein braves und mutiges tier darauf ging er hin zu dem tiere und reichte ihm einige stücke zucker mit den worten da nimm kiyuni nimm der elefant gab mit einigem brummen seine befriedigung zu erkennen dann fasste er passepartout beim gürtel umwickelte ihn mit seinem rüssel und hob ihn zu seinem kopfe empor passepartout erschrak nicht im mindesten liebkoste das tier und wurde von ihm wieder sanft auf den boden gesetzt ein tüchtiger handschlag des braven burschen erwiderte den rüsselschlag des guten tieres eine kleine weile nachher befanden sich phileas fogg sir francis cromarty und passepartout in einem komfortablen waggon nebst mrs aouda die den besten platz inne hatte und so fuhren sie in größter eile benares zu die achtzig meilen bis dahin legten sie binnen zwei stunden zurück während dieser fahrt kam die junge frau wieder völlig zu sich die wirkung des einschläfernden hang verschwand wie war sie erstaunt als sie sich auf der eisenbahn in diesem waggon in europäischer kleidung mitten unter reisenden fand die ihr völlig unbekannt waren anfangs wurde sie von ihren reisegefährten gepflegt und mit einigen tropfen liqueur zum leben zurückgeführt dann erzählte ihr der brigade general was vorgefallen war er hob die hingebung phileas foggs hervor der ohne bedenken sein leben an ihre rettung gesetzt hatte und die kühne lösung des abenteuers durch passepartout sagte wiederholt mit beschämung das sei nicht der mühe wert mrs aouda dankte ihren rettern mit innigster rührung mehr mit tränen als mit worten sprachen ihre schönen augen die dankbarkeit des herzens aus dann als ihre gedanken sie zu dem scheiterhaufen zurückführten als sie das hinduland schaute wo sie noch von so vielen gefahren bedroht war überfiel sie ein schauder des schreckens phileas fogg verstand was ihre seele durchdrang und machte ihr zur beruhigung obwohl sehr kühl das erbieten sie nach hongkong zu führen wo sie bleiben könne bis die gefahr vorüber sei mrs aouda nahm dankbar das erbieten an es lebte zu hongkong ein verwandter von ihr der auch parse war einer der ersten kaufleute der stadt die wenn schon an der chinesischen küste doch völlig englisch ist um halb ein uhr hielt der zug auf der station benares die brahmanischen legenden behaupten diese stadt stehe an der stelle des alten kasi welches ehemals im weltraume schwebte zwischen dem zenit und dem nadir wie das grab mahomets aber in der jetzigen epoche der wirklichkeit steht sie ganz prosaisch auf dem erdboden und passepartout konnte einen augenblick ihrer häuser von ziegelsteinen ihre hütten aus flechtwerk schauen welche ihr ein ganz ödes aussehen geben ohne alle lokalfarbe hier musste sir francis cromarty aussteigen die truppen zu welchen er sich begab lagerten einige meilen nördlich von der stadt der brigadegeneral nahm also von phileas fogg abschied wünschte ihm allen möglichen erfolg und dass er ein andermal auf eine nicht so originale aber nützlichere art die reise machen möge herr fogg drückte seinem gefährten ein wenig die finger mrs aouda verabschiedete sich in mehr verbindlicher weise mit der versicherung daß sie ewig gedenken werde was sie sir francis cromarty verdanke passepartout wurde von dem brigadegeneral mit einem herzlichen handschlage beehrt und fragte ganz gerührt wo und wann er ihm seine ergebenheit beweisen könne hierauf trennte man sich von benares aus läuft die eisenbahn noch eine zeit lang im gangestal durch die fenster des waggons bei ziemlich hellem wetter erblickte man die bunde landschaft behar grün belaubte berge gerste mais und weizenfelder bäche und sümpfe voll grünlicher alligatoren stattliche dörfer noch grünende waldung einige elefanten und dick buckelige bison badeten sich in den gewässern des heiligen stromes und auch trotz der schon vorgerückten jahreszeit und bereits kalter witterung scharen von hindu beiderlei geschlechts welche frommerweise heilige waschungen vornahmen diese gläubigen erbitterte feinde des buddhismus sind eifrige anhänger der brahmanen religion welche sich in drei personen verkörpert der sonnengottheit vishnu der göttlichen personifikation der naturkräfte shiva und brahma dem obersten herrn der priester und gesetzgeber aber mit welchem auge sollten brahma shiva und vishnu dieses nunmehr britannisierte indien anschauen wenn rauschend ein dampfboot vorüberfuhr und die heiligen gewässer des ganges trübte die meerschwalben verscheuchend welche über dem spiegel des stromes hinflogen die an seinem uferrand wimmelnden schildkröten und die längs seiner gestade lagernden frommen gläubigen dieses ganze panorama flog blitzschnell vorüber und oft hinderten weiße dampfwolken seine details zu sehen die reisenden vermochten kaum flüchtig in augenschein zu nehmen das vor kunar 20 meilen südöstlich von benares vormals festung der rajas von behar gazepur mit seinen bedeutenden rosenwasserfabriken das am linken gangesufer errichtete grabmal des lord cornwellys die feste stadt buxar die große gewerbe und handelsstadt padna wo der hauptmarkt des indischen opiums sich befindet montgier eine stadt so englisch wie manchester und birmingham berühmt durch seine eisengießereien zeugschmiede und gewehrfabriken deren rauchfänge brahmas himmel mit schwarzem rauch beschmutzten hierauf trat nacht ein und der zug flog mitten durch das geheul der tiger bären und löwen die vor der lokomotive flüchteten mit größter eile dahin so dass man nicht mehr die wunder bengalens sehen konnte golgauda gauer in ruinen die vormalige hauptstadt mursche d'abat bourdoin hugli chandernagor der einzige punkt auf indischem gebiete welcher den franzosen gehört wo passepartout gern mit stolz das banner seiner heimat hätte wehen gesehen endlich um sieben uhr früh kam man zu kalkutta an das nach hongkong fahrende paketboot ging erst um zwölf uhr ab so dass phileas fogg noch fünf stunden zeit vor sich hatte seinem büchlein zufolge musste der gentleman 23 tage nach der abfahrt von london am 25 oktober in der hauptstadt indiens eintreffen und er langte am bestimmten tage an leider waren die zwischen london und bombay gewonnenen zwei tage bei der fahrt durch die indische halbinsel wieder verloren worden wir wissen wie aber man darf annehmen dass phileas fogg es nicht zu bedauern hatte ende von kapitel 14